Wohin geht's zu Gott? Wohin geht's zu Gott? Du weißt mit deinem Navi, wohin es geht, nach München, nach Hamburg, wohin es geht, zu einem Yoga-Vidya-Ashram. Du kannst Menschen fragen, wohin geht's zu einer guten Bildung, wohin geht's zu einem guten Beruf, wohin geht's vielleicht sogar zu einer guten Bildung. Solche Fragen kannst du stellen, aber wohin geht's zu Gott? Welchen Weg musst du gehen, um Gott zu finden? Wege sind viele, aber Wahrheit ist eins. Im Grunde genommen, es gibt so viele Wege zu Gott. Am wichtigsten ist die Sehnsucht zu Gott. Wenn du sagst, ich möchte zu Gott kommen, ich, oh Gott, bitte sende mir dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten, dann könntest du den alten Begriff finden, alle Wege führen nach Rom. Rom jetzt nicht verstanden als einen geografischen Ort, auch nicht als der Sitz der katholischen Kirche, sondern Rom als Symbol für Sitz Gottes. Alle Wege führen nach Rom, alle Wege führen nach zu Gott. Wohin geht's zu Gott? Wohin geht's nach Gott? Überall hin, Gott ist überall. Aber wie kannst du so gehen, dass du auch bei Gott ankommst? Zunächst einmal führe ein ethisches Leben. Achte auf deine Ethik, nicht töten, nicht stehlen, nicht bestechlich sein, nicht gierig sein und so weiter. Das ist erstmal wichtig. Als zweites, was wichtig ist, die Sehnsucht zu Gott kultivieren und zu Gott beten und um Gottes Hilfe bitten. Als drittes, spirituelle Praktiken. Übe spirituelle Praktiken, wie zum Beispiel Meditation, Gebet, Gottesdienst. Im Yoga können wir Mantra singen, in anderen Kulturen gibt es andere spirituelle Lieder, religiöse Lieder, Kirchenlieder, spirituelle Musik. Und dann gibt es im Yoga, Asanas und Pranayama. In anderen Religionen gibt es zum Beispiel das immerwährende Jesusgebet oder der Rosenkranz, Exerzitien und so weiter. Mache spirituelle Praktiken. Der nächste Aspekt wäre, gehe in Gottesdienst oder verbinde dich mit anderen Gottessuchern. Ob es ein formeller Gottesdienst ist, wie in einer christlichen Kirche oder auch das Freitagsgebet in einer Moschee, ob es die Synagoge ist, ob es eine spirituelle Zusammenkunft ist, ob es die Sangha ist bei den Buddhisten oder eben Satsang in der Yoga-Vedanta-Tradition. Mit anderen zusammen praktizieren ist wichtig. Dann diene deinen Mitmenschen. Auf Sanskrit heißt das Seva oder auch uneigennützige Nächstenliebe. Tu etwas für andere. Gott hat in der Bibel gesagt, was ihr dem Geringsten eurer Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Wohin geht es zu Gott? Indem du deinen Nächsten hilfst, deinen Mitmenschen hilfst. Überlegst, wie kannst du Gutes bewirken. Da erfährst du Gott. Und dann immer wieder alles, was du tust, morgens, wenn du aufstehst, sagst, oh Gott, dein Wille geschehe, dein Wille geschieht, zeige in mir. Zeige mir dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Und oh Gott, bitte, alles, was ich tue, will ich dir darbringen. Nimm es an. Zeige mir, was zu tun ist. Ich werde das, was ich denke, was zu tun ist, so gut wie möglich tun. Und dir ganz darbringen. Bitte, sorge dafür, dass alles zum Guten ausgeht. Und zwischendurch erinnere dich an Gott. Zwischendurch bitte um Gottes Führung. Zwischendurch bringe alles Gott dar. Und am Abend, bevor du einschläfst, meditiere, lies vielleicht in der Bibel, in der Bhagavad Gita, im Koran, in einer Schrift eines Heiligen, eines Meisters, einer Meisterin, einer Heiligen. Und dann bringe nochmals alles Gott dar. Vertraue dich und deiner, dir lieben Menschen Gott an und schlafe dann ganz entspannt. Wohin geht's zu Gott? Überall hin geht's zu Gott. Aber folge mit Gebet und mit dem Wunsch, Gott zu dienen und Gott zu erfahren. Mehr Informationen über Gott und verschiedene Weisen, Gott zu sehen und zu erfahren, auf unseren Internetseiten wiki.yoga-vidya.de nach expand Olha, dieicsbe, ingeprie, bis zum nächsten Mal. . Vielen Dank.